Ich hätte ein Auto kassieren müssen Da ist der Ortex vor seinem Schild reingekommen Jetzt haben wir wieder unsere Bonus-AP Jetzt ist es wieder weg Jone wurde gebufft Und der wirkt jetzt ziemlich broken Also ich sehe ihn so so häufig jetzt Also der wirkt absolut OP-OP Dein Pickle muss sehr sehr hoch gegangen sein Ich habe ihn davor natürlich auch vereinzelt gesehen Ist einfach ein beliebter Champion Jetzt haben wir ihn gefühlt wie wir es dritter geben Doch gerade keine Eeeh Was macht der? Töne ihn Okay, aber, also... Hä? Bitte? Ich glaube, ich will einmal Top ganken. Ich glaube, dass wenn der Atrox Ahead kommt, sehr neu für Varus werden könnte. Oh, fight me down. Das macht schon den Weg. Das macht auch einen Träpfchen. Nice, ich habe einen ganzer Auflaut. Wir haben einen ganzer Auflaut. Okay. 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 Eh! Kennenbekommen, Boys. Sie haben sehr gut von Jin gespielt und auch Seraphine hat ihre Space nice gated. Boah, ich fuck mein Reset mit diesem Gank hier. Oh! Ich hab ne Katze gefunden. Hä? Was? Hä? Oh mein Gott, warum würdest du auf die Nidalee hüpfen, die drei Schaden macht im Gegensatz zu Varus und keine Smite hat? Das heißt, auch keinen Cape finischen kann und ein Hüpfer hat. Das heißt, er hat auch gebisst, weil sie einfach weggehüpft ist. Und Varus hat nichts. Boah, die Leute sind, also keine Ahnung, aber habe ich noch ein Game aus? Die sind gecued. Bin ich auf dem falschen Account? Oh, ho, ho, ho! Oh, das war nice. Wir laufen die Runde, erste Runde. Ich habe beide Space gebraucht, ne Q-Ulti. Ich muss ein bisschen auf Touren kommen, ne? Ich muss ein bisschen auf Touren kommen. Das Geld kann ja so easy carry. Die Leute sind interessant unterwegs. Sehr, sehr interessant unterwegs. Ich mein, ich hab Mana für eine Kombo und ich krieg gleich Mana vom Level ab. Weil, er hat mich an die Mana von meinem Level abgedacht. Mein Name, der wird ein paar Tage! Mach mal weiter. Häh, ey, ich stein vor ihm! Robert hat deinuluert mich nicht gehindet. Aber er will auch sterben, ne? Komm, wer hat das Ding? Komm, wer ist rein oder ist? Richtig, ich gehindet. warum will der der ich verstehe die welt nicht hatte keine ulf mehr wie soll der entkommen ich verstehe gar nichts was hier abgeht es kann gut sein dass wir hier irgendwie eine zelo lobby kassiert haben ich habe keine ahnung was hier passiert ich habe wirklich keine ahnung wer fightet wirklich alles ne ich könnte diese skins nicht spielen die erinnern mich zu sehr an swarm die swarm skins so 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 er ist so ein griefer jeder normaler wird er weglaufen und da hätte man ulti gehadet ne aber er grieft einfach und läuft in uns rein wieder jeder probiert so scheiße ich bin ja am sterben ich muss raus er wollte einfach rein so ich könnte auch was wenn wir die top denn auch helfen Betal ist gone. Dann will er einen TP verwenden. Hey, aber dann lass mich doch die Wave nehmen, wenn du nicht TP'st, hä? Dann ping doch nicht mich weg. Was ist mit einem Ult passiert? Warum ist er nicht hergeflogen? Hat Arthrox Q ihn gecancelt? Arthrox Q hat ihn gecancelt, no. Hat er leider nicht zusammen gepullt bekommen. Oh mein Gott. Ja, irgendwie nach dem Vollrausch. Warum ist mein AD Carry Level down? Hätte er es getroffen, hätte er, glaube ich, einen Barriere-Görner-Schick gemacht. WDR nicht verletzt, aber es kommt noch weiter. WDR nicht verletzt, ich werde das nicht verletzt. ertragen. Oh mein Gott. Okay, ich muss meinen Frust an dir rauslassen. Ich habe meine Crew so geschmissen, wie wenn meine E trifft. Nein, deswegen trifft ich dann leider auf Jenna nicht. Oh. Nice. Revenchiert. Wir haben uns revanchiert, okay. Wenn das nicht gelo... Bitte mach weiter. Eine Minute. In einer Minute können wir der ganze Base nochmal aufreißen. Bitte? Hi? Gut, dann können wir jetzt aber auch enden, oder? Ich würde gerne mal einen Clip machen von der Fight. Würde mich sehr freuen. Das war auch ein nicer Clip. Ich will noch einen. Also, jetzt kann ich auch 20 haben. Okay, gut. Hab doch gemeint. Den 20. wollte ich noch haben. Abonnieren. Ach agencies particии an Madonna und dich. Ja so Editor du legends ein, Coope und dich läßer. Barm poderreiß mitstrahlt. Um, kommst doch jetzt klar. Oh, kommst du nicht zurцу. Joll beginnings�f glist. Nu kannst du ein, was noch hierЗ vandaag sein. Am ich mit Box also noch mal dem Blick. Scheibe. Tschens microgist. нопflächig. Fokken. Auf das wegel. SWRionar. In diesem. Die Zeit